Uwe-Erik Laufenberg, Intendant, Regisseur, Schauspieler in Wiesbaden am Hessischen Staatstheater. Schönen guten Tag. Guten Tag. In welcher Rolle fühlen Sie sich am wohlsten? Natürlich, wenn man auf der Bühne steht. Und noch schöner, wenn der Zuschauerraum richtig voll ist. Das ist das, was wir im Moment nicht so haben. Danach sehnt man sich. Okay. Wenn ich jetzt mal weggehe von Corona, wenn ich jetzt einfach mal schaue, hat dieser Beruf auch Auswirkungen nach Hause aufs weihnachtliche Geschehen? Ja, natürlich, weil Sie normalerweise ja den ersten und zweiten Weihnachtstag Dienst haben. Also Sie können nicht einfach irgendwo hinfahren. Wir spielen ja am Weihnachten, wir spielen Silvester, wir spielen Neujahr, wir spielen zwischen den Jahren. Also normalerweise haben Sie in diesem Beruf da nicht frei. Ich glaube, laut Vertrag haben wir zwei Tage im Jahr definitiv frei. Das ist der 24. Dezember und Karfreitag. Heiligabend. Sehr schöne Frage. Heiligabend. Wer führt denn Heiligabend bei Ihnen zu Hause Regie? Also, das hat sich so ergeben, dass das ganz früher, wo ich Kind war, meine Mutter war. Und meine Frau hat es geerbt, weil sie den Weihnachtsbaum schmücken möchte. Macht sie dann jetzt die letzte Zeit gerne mit meiner Tochter zusammen. Und wie meine Tochter noch klein war, bin ich mit der ins Kino gegangen. Der Hund hat draußen im Garten gespielt und dann gab es die Stunde X, meistens so 16 Uhr. Da wurde die Bescherung eröffnet. Der Hund wusste auch sofort, wo sein Ball in welchem Geschenkpaket war. Der ist als erstes unter den Weihnachtsbaum und hat diesen Ball rausgeholt. Dann hat das Kind seine Geschenke gesucht und dann haben wir unsere Geschenke gemacht. Und es war dann immer so, dass wir Fondue-Essen machen. Das ist auch eine lange Tradition, die wir auch bisher immer beibehalten haben. Eine Tradition, die Sie praktisch aus dem Elternhaus mit übernommen haben? Die meine Frau aus ihrem Elternhaus mit übernommen hat, aber die ich dann gerne angenommen habe. Wir erleben ja momentan eine ganz besondere Weihnachtszeit. Eine Weihnachtszeit ohne Weihnachtsmärchen. Haben Sie schon mal selbst in einem Weihnachtsmärchen mitgespielt? Nein, nein, habe ich nicht. Obwohl, mein erstes Engagement war ja im Staatstheater Darmstadt. Und da hätte mich das Weihnachtsmärchen erwischen können. Aber dadurch, dass ich dann nach Frankfurt gegangen bin, bin ich bisher immer ums Weihnachtsmärchen herumgekommen. Für einen Schauspieler ist ein Weihnachtsmärchen unendlich anstrengend. Also gerade, wenn wir es so wie wir machen, 60 Vorstellungen zweimal am Tag. Also dann wissen Sie wirklich, wenn das Weihnachtsmärchen zu Ende ist, meistens so am Anfang Januar, was Sie die letzten zwei Monate dann gemacht haben. Auf der anderen Seite, Sie können den Text sofort und Sie können ihn ja auswählen. Sie träumen ihn wahrscheinlich. Ja, Sie müssen nicht mehr ins Textheft gucken, das stimmt. Den können Sie rund um die Uhr sagen. Das heißt, ein Weihnachtsmärchen möchten Sie gar nicht spielen oder wäre das keine Option? Also mittlerweile, also jetzt unser jetziger Leiter Herr Schirdewahn vom Kinder- und Jugendtheater, der hat schon gesagt, ob ich nicht den Räuber Hotzenplotz geben will. Ich würde mir das auch überlegen, aber ich fürchte, dann verschrecke ich die Politik noch mehr, als ich es bisher tue. Wenn ich dann wirklich den Räuber Hotzenplotz noch gebe, dann gibt es sehr viel Ärger mit dem Ministerium. Also ich denke, es wäre eine Paraderolle für Sie, Räuber Hotzenplotz. Also gut, wir werden es überlegen. Eine Rolle, die Sie generell nochmal gerne spielen möchten oder eine Lieblingsrolle? Also ich probiere ja im Moment Bridgton in Doktors Dilemma von George Bernard Shaw. Es ist meine, ich weiß nicht, wie vielte Arztrolle. Ich muss mal zählen. Ich habe mir jetzt aber vorgenommen, dass es meine letzte Arztrolle ist. Also gerade in Zeiten der Pandemie habe ich jetzt genug Ärzte gespielt. Und was dann vielleicht noch kommt, müssen wir mal gucken. Es gibt natürlich tolle Rollen. Also da gibt es nicht nur eine, aber ich habe das bisher immer auf mich zukommen lassen und das war auch ganz gut so. Köln, Zürich, Berlin, Wien, Barcelona. Sie sind sehr viel herumgekommen. Haben Sie in allen Städten auch mal Weihnachten verbracht? In Zürich natürlich, in Köln natürlich und ganz viel in Berlin und in Potsdam. Also das sind eigentlich die Städte, in denen ich Weihnachten verbracht habe und natürlich seit jetzt im sechsten Jahr Wiesbaden. Gibt es da irgendwelche Unterschiede zwischen Weihnachten in diesen einzelnen Städten? Naja, es ist schon. Also in Zürich ist ja dann oft Schnee oder man fährt dann auch in die Berge zum Skifahren und das ist schon anders, als wenn man jetzt in Berlin sitzt. In Berlin ist es oft grau, ungemütlich. Also der Berliner Winter ist sehr, sehr ungemütlich. Und hier am Rhein ist es eigentlich lieblicher. Dürfen Sie als Schauspieler Skifahren? Das gab es tatsächlich früher in Verträgen. Es stand drin, dass man das nicht darf. Und auch gerade in der Schweiz hat man versucht, irgendwie das einzudämmen, aber das ist in der Schweiz unrealistisch. Ein Schweizer, der nicht Skifährt oder jemand, der in der Schweiz lebt und nicht Skifährt, ist eigentlich kein Einwohner. Eine kurze Fragerunde. Weihnachtsbaum oder Christbaum? Weihnachtsbaum. Weihnachtsbaum schlagen oder mit Wurzel aus dem Wald holen? Mit Wurzeln. Bescherung ist um? 16 Uhr. Für die Kinder singen oder Gedichtsaussagen? Beides. Welches Gedicht? Das kommt sehr aufs Alter an. Also ich habe auch gerne die Kinder mit Knecht Ruprecht erschreckt. Von draußen vom Walde komme ich her. Auch gerne. Geschenke aufreißen oder lieber sauber auspacken? Werden aufgerissen. Der Hund macht es ja vor. Das letzte Weihnachtsgeschenk kaufe ich in der Regel? Am 23. Das erste Weihnachtsgeschenk? Kann ich manchmal schon im Schrank liegen haben, je nachdem, wenn ich was Schönes sehe. Textsicher. Welches Lied muss sein? White Christmas? Schrecklich, oder? Ich traue es mich nicht zu sagen. Da haben Sie jetzt gerade was ausgesucht. White Christmas, was ich gar nicht kann. I dreaming of a white Christmas. Und so weiter und so fort. Jetzt werde ich hier nicht noch singen, sonst ist das Weihnachten für alle verdorben. Alles klar. Vielen Dank, Herr Laufenberg. Frohe Weihnachten wünsche ich Ihnen. Danke auch. Herzlichen Dank. Frohe Weihnachten. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020